Jo, was geht ab? Das kommt bei einem neuen Volk und Stadus Brüttel vor. Wir suchen mal die Mutes vor, ihr schafft. Und diesmal müssen wir das gewinnen. Hier lag es nicht akzeptiert. Besetzt die Kontrollpunkte! Kontrollpunkt wird gesichert. ... Das war's für heute. 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 Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Das war's für heute. 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 Ja. Das war's für heute. 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 Ich habe das nicht gelegt. Das ist halt hier. Was? Wie wenn der denn weggeholt? Von wem? Ah, das gehört irgendwie gerade unglücklich. Das wirkt alles irgendwie gerade mega unglücklich. Er ist immerhin still geklaut. Ja, die hat 440. Ja, das ist ein Wettbewerb. Ich liebe diesen Wettbewerb. Ich liebe diesen Wettbewerb. Ich liebe diesen Wettbewerb. Ja, das ist ein Wettbewerb. Unsere Leute übernehmen einen Kontrollpunkt. Wir brauchen einen Wettbewerb. Wir brauchen einen Wettbewerb. Der Wettbewerb ist auch nicht zufrieden. Lass uns das schon in die Welt nachschleden lässt. Der Wettbewerb ist nicht nur wichtig. Das ist nicht so schön. Wir sind dabei, er ist Kontrollpunkt zu sich jetzt. Jetzt gehts Party-Time halt. Jetzt gehts Party-Time halt. Jetzt gehts um. Jetzt gehts um. Ich hab jetzt ein bisschen übergedreht gerade. Nein, ich weiß nicht, passt das schon. Dann verteid ich den Kontrollpunkt. Überlass die dich dem Imperium. Das ist ein Stück der da. Oh, er hat zu drückt. Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Wo ist denn? Ich weiß nicht wie ich ihn. Wicht, wicht, wicht. Was verteilt die? WTF ich mit messen? Witz ich! Witz ich! Ich konnte nicht ziehen, aber man hat das von gebockelt. Ich wusste wie das gebockelt hat, aber man was? Witz ich! Witz ich! Witz ich! Witz ich! Witz ich! Witz ich! Jetzt kommt es mal. Weiter! Wir haben die Kontrolle! Hör auf! Zu bei dem gefahren, der Fenster! Jetzt kommt es mal, wenn da oben ist. Habt ihr den gesehen? Seht ihr das? Ja, das ist ein Schlafpunkt. Kann ich nicht erbissen haben? Ja! Imperial Truppen übernehmen gleich einen Kontrollpunkt. Ja, ich bin noch ein Schlafpunkt. Ja, ich bin noch ein Schlafpunkt. Gute Neuigkeiten! Commander Skywalker wird uns unterstützen. Ja, ich bin noch ein Schlafpunkt. Ja! Wir nehmen einen Kontrollpunkt in Besitz. Es war zwar mein aber egal Es hat nicht funktioniert Das ist die H7 so krass Imperiale Einheiten übernehmen einen Kontrollpunkt Ich nehme die H7 Das ist gar nicht mehr 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 Die Sturmtruppen übernehmen einen Kontrolldruck. Die Sturmtruppen müssen sie stoppen. Oh mein Kill, Mann. What the fuck is a burn right now? In der Region sind Sturmtruppen. Wo sind die? Davon? Die Sturmtruppen kontrollieren das Schlachtfeld. Wir müssen auf breiter Front zurückschlagen, aber uns läuft die Zeit davon. Die Sturmtruppen übernehmen uns. Wir verlieren den Kontrollpunkt. Kommt rein, bringe mich. Kommt rein, bringe mich. Kommt rein, bringe mich. Kommt rauskopfig! Oh, oh. Okay. Er hat nichts mitgenommen. Den färssten ältesten bästchen, den langskar ich sicht. Äh, ich hatte noch einen Fölge geglen. Ja liebe Leute, ich bin gegangen fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal von Star Wars Battlefront, bis dahin, haut rein und tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020